Und damit herzlich willkommen zurück zu der Herr der Ringe, Schatten von Mordor. Ich muss fix den Timer starten, denn wir suchen Gollum und der rennt uns gerade so ein bisschen. Ja, sonst wo. Ich muss die sammeln. Und dann muss ich am besten gleich zwei, drei mit wegnehmen. Eins. Zwei. Drei. Neuer Feind, Jäger. Ja. So. Zack. Zack. Wie lange ich Zeit habe, kann ich von mir auch abstehen. Zack. Alter. Scheiße. Scheiße. Vorstellung. Bin ich jetzt echt schon wieder gestorben? was darf nicht sein ich kam so gut mit den es läuft davon so sammeln 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 gelben schoss auffüllen so noch mal das schöne spiel ja genau wo ziehst du denn sie scheinen die kann aber bis hier haben so 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 So. Hast du mich gerade gebissen? Scheiß Teil. So. Ich bin doch ausgewichen. So. Focus ist aufgeladen. Wow, 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 wow. Alles weit. Scheiße! Sollte er ihn vielleicht im Blick behalten? Wo ist er denn hin? Wow! Ist mein Fokus wieder aufgeladen? Ja. Deine feige kleine Kreatur lauert irgendwo hier in den Schatten. Alter. Ihr wird sich erinnern, mein Schatz. Wir werden ihn zwingen. Ja, ja, ja. Wir brauchen es zurück. Wir brauchen es. Schweig. Sei still. Mein Schatz. Du glaubst, es wäre so leicht, sich an dich ranzuschleichen. Nein, nein, tut uns nichts. Was warst du davon? Leuchtender Herr. Ja, wir kennen ihn. Ein leuchtender Herr kam zu uns in unseren Träumen. Du siehst mich. Kreatur! Er hat uns die Schätze des leuchtenden Herrn gezeigt. Ja, ja, wir schwören es. Wir schwören dem leuchtenden Herrn zu dem. Wir zeigen ihm seine Schätze. Halle. Halle. Ich traue ihm nicht. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn. Willst du nicht erfahren, wer ich bin? Ach, herrlich. Wir brauchen ihn. Willst du nicht erfahren, wer ich bin? Ja. So. Wieder 600 EP. Fantastisch. Mission abgeschlossen. War gar nicht schwer. Beim ersten Versuch. Gollum. Eintrag ansehen. Gollum ist eine erbärmliche Gestalt, die ihren ursprünglichen Namen vergessen hat. Smeagol. Er war einst Smeagol. Ein Orphel, der durch den einen Ring unrettbar verderbt wurde. Unrettbar. Gibt's das Wort, ja? Unrettbar verderbt. Smeagol erhielt den Ring, den er liebevollen My Chats nennt, durch einen Verrat und nahm ihn mit sich in seine neue Heimat, unter den Nebelberg. Unter dem bösen Einfluss des Rings lebte Smeagol jahrhundertedang, wobei er den Verstand verlor und seinen Körper eine blasse, knochige Gestalt annahm. Die Uryx, die er überfiel, nannten ihn aufgrund eines schrecklich wirkenden Hustens Gollum und der Name blieb haften. Smeagol gab es nicht mehr. Nach vier Jahrhunderten wurde der Ring rastlos und suchte sich einen neuen Besitzer, den Hobbit Bilbo Beutlin. Doch Gollum hat seinen Schatz nicht vergessen. Angezogen von der Macht des Erschaffers des Rings, hat er sich nach Mordor aufgemacht, um ihn zu finden. Also, Gollum hat den Ring nicht mehr, er ist im Moment bei Bilbo. Oder schon bei Frodo, das weiß ich ja noch so genau. Aber theoretisch, wenn Sauron gerade erst die, sag ich schon? Die Armee, die Armee aufbaut. Dann kann es sein, dass der immer noch bei Bilbo ist und noch gar nicht so schlimm hier die Kacke am Dampfen ist. Wer weiß. Angriff von Ohren. Äh, bin gleiches Geschick. Äh, bin gleiches Geschick, finde ich gut. Kann man mitnehmen. Gehe zu Boop, um den Hauptauftrag zu spielen. Alles klar. Was? Ich kann also von Toten... Ja, warum nicht, ne? Tokugall, Freund. Anfällig auf Schleichtonstöße. Ich kann von einem Toten... ...die Informationen sammeln? Wie blöd ist das denn? Hallo, Freunde. Action. Brecht ihn die? Ja? Wie? Was? Ja, zack. Zack. Und? Immer feste drauf. Also, die Hinrichtung macht wirklich Spaß. Zack. Das ist die Geruchse. Was? Zerbrechen ist jetzt noch ein paar kaputte Werkzeuge. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin da drüben. Ich muss hier rüber. Also könnte ich unterwegs mal so ein bisschen was mitmachen. So. Die anderen sind nicht entkommen. Bitte hilf uns. Was die andere? Ich stehe in deiner Schuld. Die anderen sind nicht entkommen. Bitte hilf uns. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Wo bin ich? Nein, ich wollte die Karte. Ne, den Turm habe ich doch schon oder nicht? Ja, okay. Den Turm habe ich schon. Heute wird es dank des vielen Grobs viel einfacher. Ups. Ich flitze da ganz einfach mehr vorbei. Ich denke, dass uns die einzelnen OPs nicht viel dringen. Und hier mache ich zauber Platz. Hey. Oh. Zack. Immer feste Lauf. Und auch zu. Also das festhalten sollte man wirklich nur machen, wenn gerade kein anderer mehr ist. Ansonsten haben die einen da einen drauf. Man kann sich nicht wehren. Was wird noch mit in Richtung? Nein, es wird keiner. Du ließt es mich verrecken. Du hast deine Arbeit nicht einmal zu Ende gebracht. Du Amateur. Sehr schön wieder. Hallo, Loren. Schön, dich zu sehen. Wie geht's denn so? Komma, feste Druft. Zack, zack, zack. Und von hinten. Zack. Schwach wie ein Säugling. Ja, komm. So. Bitteschön, Loren. Vielleicht merkst du das nicht. Er kann ja nicht mehr ängstlich gucken. Er hat nur noch ein Matsch-Auge. Loren, vielleicht diesmal für immer. Ja. Hauch des Lichts stellt bei einer Schleich-Tötung 18% Gesundheit überher. Das bringt es auf jeden Fall. Können wir uns Verbesserungen leisten? Irgendwas in die Richtung? Ja, wir haben 190. Natürlich. Dolch-Runen-Platz. Waffen und Runen. Dann können wir nämlich hier den zweiten und den zweiten die zweite Rune da reinsetzen. So. Und zack. Und plus sieben er macht. So. Saurons Armee. Jetzt liegt er nämlich hier. Der Lorum. Die Frage ist, ob es ihm jetzt wirklich reicht. Oder ob er immer noch nicht genug hat. Mal gucken. Wenn er irgendwo wieder aus dem Busch gehüpft kommt. Ich weiß nicht, was das für Türme sind. Aber statt Ruger kamen sie teuer zu stehen. Der Hauptmann muss den von seinem Leid erlösen. Mhm. Darum steht jemand. Ich würde gerne zu ihm. Oh, oh. Oh, oh. Kannst du hoch? Natürlich geht's hier hoch. Da kommt mir keiner ein paar her. So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich habe mich gut geschlagen in der letzten Schlacht. Der Hauptmann sagt, ich bekomme Gorkos Belohnung. Glaub mir. Und Schuss. Was sind das für Felder? Da war ich doch... Bei so einem Feld war ich doch schon mal, oder? Nee, das war bloß dieser komische Geschwindigkeitsschub. Ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Hier, ihr seht's unten auf der Minimap, oder? Da ist dieses kleine weiße Feld. Bringt nichts. Das war der letzte Fehler, den sie je begehen konnten. Hä? Verstehe ich nicht. Vor mir die Legende des Morgens Askar. Als ihn seine Feinde überfielen, sang er die Hymne des Elbenvolkes. Das war der letzte Fehler, den sie je begehen konnten. Die Feinde, die ihn überfielen. Ah, jetzt. Knack. Töte alle Schützen. Hm. Hoch. Was? Was? So, ich brauche neue Geschütze. Hey. Ich sollte vielleicht aufpassen. Die setzen mir nämlich ganz schön zu. So, Töte alle Schützen. Töte zehn Oechs durch Kopftreffer. Die sollten wir vielleicht noch, aber das ist nur zusätzlich. Verdammt. Au. Au. Ich sterbe. Ich, äh, sterbe. Du siehst schwächlich aus. Soll ich mich um dich kümmern? Niemand macht das so gut wie ich. Alter, der ist wirklich nervig. Zeig mir, wie du bluten kannst, Mensch. So. Das wollte ich mit dich auch. Zack. Du kannst mich. Ah, jetzt sind wir wieder voll. Zack, 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 zack. So. So, dann nächster weg. Also, das hat's wirklich, wirklich gut gebracht jetzt. Ne, das haben wir vorhin mal aufgesammelt. Das ist bei der Hauptbahntötung, dass es jetzt wieder voll hält. Und, zack. Ein Töter, alle schützen. Wofür schützen soll ich denn das noch sein? Woa. So. Höp, höp. Scheiße. Ich habe keine Geschosse. Oh, 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 oh. Ich habe keine Pfeile. Hm. So haben wir geschossen, so haben wir geschossen, so haben wir geschossen. Au, 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 au. Hm, 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 hm. So. Noch vier Mann durch Kopftreffer. Das werden wir doch wohl schaffen. So. Nun zu dir. Darüber. Scheiße. Ja, noch zwei durch Kopftreffer. Scheiße, wir sind schon wieder fast tot. Zack, der hat gezählt. Sehr gut. So. Das ist der letzte. Der muss durch Kopftreffer sterben, ansonsten. Aber unser Bonus zählt nicht erreicht. Oh, oh. Hat nicht getroffen. Ja. Gepackt. Auch das zusätzliche. Sehr gut. Einführung Waffenverbesserung. Schließe alle Blu-Nebenmissionen ab, um Miriam zu erhalten. Und genügend. Achso. Mit Ascars Flamme erkennst du unbegrenzt Elbengeschosse, Fokus und Brandpfeiler. Wow. Also wir sollten ganz dringend... Na? Wer wird mich immer... Ach, ja, wird mich... Nein. Nein. Du liest mich zum Sterben zurück. Jetzt werde ich dein Herz an die Karagor verfüttern. Oh, der ist super nervig. Doch nicht jetzt. Alter. Nein. So nicht. Das wäre zu leicht. Bist du jetzt gegangen? Bist du jetzt gegangen, du herablassender Penner? Ich überlebe die Nacht nicht in dieser Kälte. Sicher. Wenn du mir was von dem Brun, dann gibst du, was du gehofft hast. Ach, vergiss es. Was ein Wichser. Du bist dir wohl fremd, wie? Nein, so nicht und geht. Weiße haut mich um. Ich bin doch fast... Bin schon fast tot. Und dann schwingt er noch große Reden. Ich glaube, es hackt. Lurm Menschenjäger. Merkt euch diesen Namen. Zerbrochen. Ein paar Werkzeuge haben dieses Sklaven zur tagelangen Folterung verbannt. Das klingt gar nicht verkehrt. Das machen wir als nächstes. Das machen wir morgen, weil jetzt gerade rege ich mich etwas über den Lurm auf. Den Lurm Menschenjäger. Saurons Armee. Da steht er wieder. Tatsächlich. Aber warum ist... Warum ist der hier aufgestiegen? Elite Hauptmann ist der Lurm Menschenjäger. Hauptmann. Hauptmann. Der Lurm hat jetzt Macht 10. Der ist wahrscheinlich auch stärker geworden, je mehr wir ihn... Je öfter wir ihn umgebracht haben. Der ist jetzt wieder... Der ist jetzt Macht 6. Vorhin weiß ich noch, war auf jeden Fall hier der Eidre. Hier war noch der Beste. Naja. Schauen wir mal. Vor allem da hinten, da steht nochmal eine Truppe auf Podesten. Die werden wahrscheinlich dann noch stärker sein. Und links steht nochmal. Rechts steht nochmal ein Deutchen. Na, wer weiß. Auf jeden Fall müssen wir uns mal irgendwie in Richtung des Hauptauftrags bewegen. Dass die Story weitergeht. Und dass wir hier zu Radbark, dem Feigling, kommen. Guckt mal, wer auf dem Weg liegt. Sehr gut. Alles klar, wie es weitergeht morgen. Haut rein. Ciao. 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 Vielen Dank.